Moin Leute, Woche 7 hat begonnen von Deadpools Herausforderung. Heute können wir uns den Skin besorgen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wo ihr die Waffen findet. Die erste Waffe, die befindet sich auch direkt hier im Hauptquartier unter dem Herausforderungstisch. Die würde dann genau hier liegen. Die zweite Waffe, dafür müssen wir in den Agentenraum, zwar in den Trinksraum vom Muskelkater. Die Waffe würde dann hier unter den Handeln liegen. So, dann habt ihr schon mal die zwei Pistolen gefunden. Jetzt müsst ihr nur noch ins Spiel reingehen, zur Jacht fliegen. Ja, und euch dann verkleiden in eine Telefonzelle und schon habt ihr den Skin. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Viel Spaß mit dem Skin. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.